Riechen die die Erste und bitte! Ich mag es, wenn ich Sonne habe, doch wir brauchen auch mal Regentage. Es ist trotz trocken wie auf dem Mond, sodass sich eine Dusche lohnt. Wir räumen Wasser von oben, wo sind Regenwolken? Wann wird endlich der himmelige Wolken? Die bekommen wir nie für das Blumenbeet. Wer weiß, wie das am besten geht? Ja, der Indianer kann's. Er macht einen Regentanz. Er trommelt, bis er die Regenwolken sieht. Ja, das ist ein Regenlied. Wir wollen endlich Regen haben, dass die Bäume schöne Früchte tragen. Keine Nacke dürfe, will ich nicht. Lieber einen mit Popen und dem schönen Gesicht. Da lalala lala lala lala. Da lalala lala lala. Der Garten zu trockene Tüne zieht vorbei, die Kamele im Zoo haben Hitze frei. Es ist Waldbrandstufe zwischen 5 und 4, oh mein Gott, es fällt kein Regen hier. Wir wollen auf jeder Einzige Druckgebiet und deshalb gibt es dieses Regenlied. Wie bekommen wir Regen für das Blumenbeet? Wer weiß, wie das am besten geht. Ja, genialer Tanz, er macht einen Regentanz. Er kommen bisher die Regenbäume zieht, ja das ist ein Regenlied. Wir wollen endlich Regen haben, dass die Bäume schönes Früchte tragen. Eine Danke dürfe, will ich nicht. Lieber einen mit oben und dem schönen Gesicht. Viel zu trockene Tüne ist längst keine Wohne. Es gibt doch Staub in der Sahelzone. Der Klimawandel macht ihr Steppe. Im Gartenteig ist nur noch Ebbe. Ja, der Indianer Tanz, er macht einen Regentanz. Er trommelt bisher die Regenbäume zieht, ja das ist ein Regenlied. Vielleicht ist ja auch noch ne Indianer Frau. Oder Schamanenenergie von AstroTV. Ich mach im Garten eine Schneise frei. Vielleicht kommt ja ein Zuss vorbei. Jasel der letzten mal рублей. Bin 1gréawandel mit� Geist. Bis dann geht es gleich noch. Ät patienterik. Bis dann. Energiebegin hier in 2019. Bis dannmaraß mit님� ooh- mister conference jizes. Bis dann immer wiedersche. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann.